Über einen Umweg will Grafikkartenhersteller Nvidia aktuelle PC-Titel auf Max bringen. Bei Geforzen nur rendern Server das Spiel e-geschehen, und strämen es übers Internet auf private Apple-Rechner, eine schnelle Leitung vorausgesetzt. Grafik-Chip-Hersteller Nvidia hat seinen Streaming-Dienst Geforzen nur in Europa gestartet. Opponenten können damit über eine Internetverbindung auf ihren Max-PC-Titel spielen. Geforzen nur überträgt den Bildschirminhalt auf den Mac, und umgekehrt die Maus- und Tastatureingaben des Mac-Nutzers an den Dienst. Die Rechenarbeit erledigen Nvidia-Server, in denen Tesla-Grafik-Prozessoren werkeln. Auch neuere Titel, die, noch, nicht für MacOS entwickelt wurden, etwa Carpet, Overwatch, Play-Ehrung-Knowins-Budley-Grunds oder Shadow-Ofa sollen so ohne Windows-Installation auf Apple-Hardware laufen. Ich freue mich, dass die Rechenarbeit嫌 what man sieht. Untertitelung des ZDF, 2020